Hallo und herzlich willkommen zum letzten Video vor der Finanzierungsphase. Morgen starten wir in die Finanzierungsphase auf Startnext. Ich möchte euch nun den Weg zu unserer Startnext-Zeit zeigen, da einige von euch uns mitgeteilt haben, dass es schwierig zu finden ist. Ihr geht einfach auf euren Browser, geht dann auf Start. Next Buchprojekt und findet hier unsere Seite. Hier auf der Seite sind die Dankeschöns. Ihr könnt auch so spenden, aber es würde uns freuen, wenn ihr euch Bücher reserviert. Das Hardcover Buch ist zwar ziemlich teuer, aber es sind nur 20 Stück. Das seht ihr hier. Und das ist ziemlich teuer an Druck, das habe ich auch schon gesagt. Aber es wird ziemlich schön und vielleicht gibt es noch eine Überraschung dazu, wenn uns was einfällt. Also es ist die 50 auch auf jeden Fall wert. Und ja, jetzt habe ich euch den Weg gezeigt. Bitte, wenn ihr so nett seid, hier auf Fan werden, drücken. Umso mehr Fans, umso besser. Hier ist unser Teaser-Video. Und hier findet ihr unseren Blog, wo ihr immer wieder aktuelle Sachen lesen könnt, die ihr aber auch in der Gruppe findet. Wenn ihr das Projekt nicht findet, ab dem Start in die Finanzierungsphase müsstet ihr es hier in der Suchleiste auch finden, wenn ihr in das Fasco eingibt. Bitte teilt das Projekt und spendet mit dafür. Wir müssen diese Summe erreichen, sonst bekommt ihr eure Spenden zurück. Und wir natürlich nichts. Wir haben jetzt circa drei Monate, also bis Dezember angelegt, bis zur Veröffentlichung. Und das müssten wir auch schaffen. Wenn es verzögert wird, werden wir es euch mitteilen. Ein paar Fotos haben wir hinzugefügt. Hier ist Mariannes Profil. Und ich hoffe, die Seite gefällt euch. Ihr könnt auch noch immer Feedback geben. Das sind nur drei Fragen, die ihr beantworten müsst. Und ab morgen geht es wie gesagt los. Ich wünsche euch viel Spaß und hoffe, ihr unterstützt uns. Vielen Dank, eure Ines. Ciao.